da sind wir wieder beim video wo du nichts siegst beim mini vlog beim spazieren ich hoffe die glocken nerven jetzt nicht so sehr es sind gerade scheiß glocken es ist genau 18 1 die klingeln immer ein bisschen länger haben wir sonst gerade die 18 uhr glocken und ja wir sind wieder spazieren nach der mittwoch erholungspause war donnerstag fußballtraining ist heute freitag der 10 10 der erste und heute laufen wir nächsten kilometer wieder ein 13 kilometer marsch ins nachbardorf also 6,5 hinweg, zurück dann bin ich 13 kilometer heute und dann sind wir bei 39 dann müssen wir theoretisch 11 aber ich darf dann denselben weg hier nochmal denn ich habe keinen 11 kilometer lauf deswegen glaube ich einfach diesen weg hier nochmal nämlich in der woche bei 52 die zwei kilometer schreibe ich damit auf aber die fallen dann weg einfach bin ich halt gelaufen aber wir erzählen uns nicht für die nächste woche oder so die sind einfach da ja ich lauf alleine wie seit 18 also relativ früh los man läuft zweieinhalb stunden also ich hoffe zweieinhalb stunden aktuell diesen weg also bin ich ca 20 30 wieder back das war auch geplant und 20 30 kommt ein stream kurz nachdem das video online kommt starte ich ein livestream ja ich lauf alleine der maxi der kann das ganze wochenendlich der mike keine ahnung und ich lauf hier lang dann würde ich sagen jetzt wieder eingeblendet wie viel klimatisch gelaufen bin und dann haut das rein bin ich hole ja wenn ihr Untertitelung des ZDF, 2020